Oh hey, ihr seid wieder da. Ja, heute nochmal mit Pandas und natürlich nochmal mit den Kategorien. Denn es gibt noch mehr, was man mit Kategorien machen kann. Vor allem, man kann sie auch selbst erstellen. Offensichtlich, ja. Wenn es Pandas kann, können wir das auch. Und deswegen, ich mache jetzt das hier mal kurz, wobei, ja, nee, wir lassen das hier drin, machen das hier mal kurz weg. Und ich würde ganz gerne hier mit Perk weiterarbeiten, beziehungsweise was ähnliches erstellen. Und wir sagen jetzt hier einfach mal, ähm, Cut. Ja, also Kategorien wird erstellt, oder Categorical, wie es heißt, wird erstellt über Pandas.Categorical. Und hier rein kann ich dann die einzelnen Werte setzen. So, was genau brauche ich denn für Werte? Naja, ich kann zum Beispiel hier erstmal mein A, wobei, wisst ihr was, wir machen das direkt wieder als Liste. Das geht viel schneller. A, B, C und A. Dann einfach nochmal A. Und, ja, das passt erstmal. So, das sind unsere Elemente. Und jetzt lassen wir automatisch unser Pandas die Kategorien selbst zuordnen. Das heißt, wir sagen hier, Categories ist gleich die Liste aus, ähm, A und C, D. So, ihr seht, wir haben kein B und A haben wir auch nur einmal. Und jetzt machen wir hier noch einen kleinen, ähm, einen kleinen Punkt hinten dran. All that equals false. Dadurch ist das Ding nicht automatisch sortiert. Okay, und jetzt gucken wir mal, was denn eigentlich mit unserem Cut passiert ist. Ähm, das sieht dann nämlich so aus. Wir sehen hier, ähm, ich mach das hier mal ein bisschen Platz dazwischen, dass man es auch richtig sehen kann, was von letztem Video ist und was von diesem Video ist. So, wir sehen also, unsere Datentypen sind hier A, NAN, C und A. Hm, das ist interessant, weil wir ja hier für die Kategorien, ähm, A, C und D haben. Und, naja, D ist natürlich leer. Und B wurde jetzt hier automatisch zu NAN, weil es natürlich, naja, not a number ist vielleicht nicht ganz korrekt, aber es ist quasi ein nicht gültiger Wert für die Kategorien A, C und D. Wenn das Ding jetzt ein D, ups, wenn das Ding jetzt hier ein D wäre, offensichtlich wäre es dann natürlich in der, äh, Kategorie drin. Dann haben wir hier A, D, C, A, ähm, ja, gut, ich hab ACDC offensichtlich ein bisschen falsch geschrieben. Aber, genau, so ist es natürlich ein not a number, beziehungsweise ein ungültiger Wert. So, und ihr seht schon an diesem ORDERED gleich FALSE, dass sich das Ganze noch ein bisschen komplizierter anhören könnte. Wir arbeiten, wie gesagt, jetzt hier mit PERC weiter. Denn in PERC sind viele schöne Zahlen drin und mit denen kann man viel, viel bessere Sachen machen, als jetzt einfach nur mit, mit vier Werten, die ich gerade hier so reingetippelt hab. Wobei wir vielleicht eine Sache noch machen sollten mit unserem, äh, mit unserer CUT. Und zwar, was passiert denn, wenn ich hier hinten das Ding direkt auf ORDERED gleich TRUE setze? Dann sieht das so aus. Wir sehen hier A ist kleiner als C, ist kleiner als D. Das Ding nimmt jetzt also die Kategorien und ordnet sie sozusagen in eine Richtung. Wir gucken auch mal, was denn passiert, wenn ich jetzt die Reihenfolge vielleicht verändere. Und das heißt, wenn ich vielleicht die Kategorien komisch anordne, also nach einer Ordnung, die vielleicht jetzt nicht gerade so intuitiv ist. Und wir sehen, diese Ordnung, die ich hier vorgebe, die wird übernommen. Das heißt, das ist nicht unbedingt immer sinnvoll. Man muss sich da auch selber ein bisschen Gedanken drüber machen. Okay, ähm, wir machen das wieder zurück. Und ja, wir haben also hier die Garantie, dass alles, was wir in unserer List oder in unserem Datenclot sozusagen drin haben, dass das auf jeden Fall zu einer dieser Kategorien hier gehört. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, auf jeden Fall zu sagen, entweder es ist NAN oder es ist eins von diesen Elementen, weil wir, wie gesagt, mit Kategorien arbeiten. Das ist insofern manchmal sinnvoll, weil ihr eben nicht immer genau zusetzen könnt oder quasi festlegen könnt, wo ist eigentlich welcher Wert und habe ich wirklich für alles überhaupt wert. Also gerade sowas bei diesen Perzentilen-Dingern hier, da macht das schon durchaus sehr viel Sinn. Ähm, wenn wir jetzt hierher gehen und zum Beispiel einzelne Kategorien entfernen, das machen wir jetzt hier mal bei Cut. Oder wir können auch noch welche hinzu machen. Ähm, Cut. Ups, Cut. Add Categories. Und wir packen hier, Achtung, es sind immer neue Kategorien, Plural. Ähm, deswegen braucht ihr hier eine Liste dafür. Nehmen wir an, wir packen hier eine neue Kategorie rein und sagen, 42 ist unsere neue Kategorie. Und dann haben wir hier das da. Ähm, und offensichtlich ist da, naja, auch nichts Besonderes dabei. Ähm, aber wir haben eine neue Kategorie hinzugefügt. Und wenn wir jetzt hier B hinzufügen, dann wird es interessant, denn dann haben wir immer noch kein B hier drin. Weil, wenn wir das, also wenn wir hier das B einfügen, offensichtlich hätten wir dann auch B hier drin behalten. Aber wenn wir erst dieses Categorical hier erstellen in dieser Zeile und anschließend entschließen wir uns doch noch B hinzuzufügen, dann wurde das B hier schon aus der Liste rausgeschmissen. Das heißt, das hier ist einfach schon, es ist weg. Das B ist weg, okay. Das ist NAN, das wird nicht gespeichert oder sowas, falls man sich später doch noch dazu entschließt. Es ist jetzt einfach nicht mehr drin. Und wenn ich dann sage, hey yo, da ist doch noch eine Kategorie B, dann muss ich halt meine Bs später noch hinzufügen. Ähm, im Endeffekt wisst ihr auch, wie das geht. Ähm, es geht gleich wie bei Series oder bei Data Frames. Da machen wir nicht wirklich großen Unterschied. Was passiert denn auf der anderen Seite? Was würde denn passieren, wenn ich hier nicht meine Kategorie hinzufüge, sondern wenn ich sie lösche? Also, nehmen wir an, ich lösche jetzt die Kategorie A. Was passiert dann mit meinen A's? Nun, das könnt ihr ganz einfach rausfinden, indem wir hier sagen, Cut.Remove Categories. Und, äh, ja, wir entfernen offensichtlich A. Ist jetzt nichts, ist jetzt nichts mega Spannendes. Ähm, dann haben wir hier mehrere NANs bekommen. Übrigens, äh, dadurch, dass ich hier nicht Cut is gleich geschrieben hab, hat's das nicht übernommen. Ähm, das muss man immer, das ist nicht in place, das muss man immer neu machen. Ähm, also jetzt haben wir die Kategorien C, D und B. B wissen wir, warum's rausgeflogen ist, ist klar. C ist noch drin, aber A ist jetzt auch beides NAN. Das heißt, die Werte, die dann eben nicht mehr zu meiner Kategorie passen, werden auch rausgekickt. Also, alle Werte aus meiner Kategorie sind dann Not A Number. Joa, ähm, jetzt kann ich natürlich hier mit meinen, äh, Fillern arbeiten. Also, wir kennen Fillern, Fill, Fill N-A, also die Not Available-Dinger. Ähm, was übrigens hier eigentlich der bessere Begriff gewesen wäre, N-A zu nehmen. Not Available, N-A-N heißt normalerweise Not A Number. Aber, ja, ähm, Not Available-Werte werden natürlich auch, oder können gefehlt werden, indem wir hier einfach Fill in A schreiben und dann sagen wir hier, hey, yo, mach mal 42 rein. Ähm, das könnt ihr machen oder ihr macht's einfach mit 0 oder ihr lasst sie einfach, okay, in dem Fall funktioniert, weil wir natürlich Kategorien haben und wir müssen uns an die Kategorien halten. Wir können hier B einfügen, äh, ohne jetzt wahrscheinlich Probleme zu bekommen, dann sind halt alle von der Kategorie B. Ähm, ihr könnt auch eine Dump-Kategorie einfüllen, also quasi, äh, ein, ja, reinpacken. Das ist dann unsere Dump-Kategorie. Ähm, und alle Werte, die zu dieser Dump-Kategorie gehören, die werden einfach ignoriert. Also, alles, was N-A-N oder halt Not Available ist, wird dann einfach Dump. Ja, das ist so quasi so ein Dummy-Wert. Ähm, und der wird dann halt einfach wirklich dazu verwendet, dass er halt nicht da ist. Ähm, für, ja, für Zahlen ist es ein bisschen schwieriger. Da muss man sich auf einen Wert einigen. Wenn ihr zum Beispiel alle Operationen auf Zahlen größer 0 macht, eignet sich Minus 1 ganz gut. Wenn ihr Zahlen oder wenn ihr irgendwelche Operationen habt, die vielleicht mit 0 funktionieren, ähm, oder nicht funktionieren, beziehungsweise einfach 0 ignorieren, dann, also zum Beispiel Addition oder sowas, dann solltet ihr die 0 nehmen. Also, hier quasi die Sachen, die nichts verändern, im besten Fall. Im Zweifelsfall könnt ihr es auch auf N-A-N lassen, dann habt ihr auch euren Dump-Wert direkt. Falls ihr aber irgendwie einen, ähm, ja, einen Text-Dump-Wert braucht, damit nichts irgendwie zum Fehler führt, dann könnt ihr das so machen. Ähm, aber bei Zahlen ist eigentlich N-A-N eigentlich fast das Beste. Äh, selbstverständlich gibt es hier auch noch einen weiteren Call, der ziemlich nützlich ist. Und zwar, dass man einfach sagt, ich würde gerne die ganzen Kategorien, die ich nicht brauche, rausschmeißen. Äh, Cut.RemoveUnusedCategories. Äh, in unserem Fall wäre das natürlich das D. Wir haben die Kategorie D eingefügt, aber wir haben kein einziges D-Element hier drin. Und, ähm, ups. Ja, das war vielleicht ein bisschen voreilig von mir. Ihr seht, solche Sachen können auch mal passieren. Ich erkläre euch gleich, was passiert ist. Ähm, wir entfernen die Kategorie D, also offensichtlich hier raus, weil es kein einziges Element mit D gibt. So, was ist jetzt gerade schiefgegangen bei mir? Naja, ich hab hier gesagt, okay, ähm, ich füge die Kategorie Dump hinzu und möchte dann gerne die NAs, also die Not Available, mit Dump füllen. Aber, es gibt die Kategorie Dump zu diesem Zeitpunkt nicht mehr, weil ich hatte das vorher so stehen. Und ich füge hier Dump hinzu. Es gibt kein Item mit der Eigenschaft Dump. Aber, ähm, naja, hier entferne ich alle Kategorien, die nicht genutzt werden. Also auch, entferne ich Dump einfach wieder. Ähm, ja, und dann gibt das natürlich einen Fehler. Deswegen darf man das nicht machen. Man muss schon aufpassen, wo man das jetzt durchführt. Ähm, und ja, am besten einfach drauf achten, was jeder tut, ne? Einfach nachdenken, was bei mir manchmal nicht klappt. Aber ich glaub, das kennt ihr. Ich hoffe es zumindest, ansonsten wäre das ein bisschen übel für mich. Aber hey. Okay, so, ähm, jetzt würde ich ganz gerne nochmal ganz kurz auf das, äh, auf das Ding hier zu sprechen kommen. Ich mach hier auch mal ein paar Mehrwerte rein. Und wir entfernen jetzt vielleicht nicht mehr die ganze Zeit irgendwelche Kategorien. Sondern, ähm, wir fügen das vorher dazu. Also, wir machen jetzt hier oben ein paar Sachen dazu. Ähm, und wir printen unser Cut mal aus. So, ähm, Ordered gleich True. Ähm, das hat zur Folge, dass wir hier, wie gesagt, diese, naja, diese Ordnung bekommen. Die ist einfach nur abhängig von unserer Reihenfolge. Das ist quasi unsere eigene Ordnung, die wir hier generiert haben. Die hat nichts mit dem Alphabet zu tun. Also, wir können auch durchaus, lasst uns das mal kurz machen, wir können auch einfach A ans Ende stellen. Das geht. Sieht dann so aus. A ist offensichtlich größer als D und D ist größer als C. Ähm, ja, hat hierauf aber irgendwie überhaupt keinen Einfluss. Woran liegt das? Nun, wir müssen tatsächlich unsere, ähm, ganze Sache hier sortieren. Also, wir sagen hier Cut ist gleich Cut.SortValues. Oder, ähm, wir machen ein SortValues und InPlace ist gleich True. Das wäre genau dasselbe. Ähm, so ist es wahrscheinlich sinnvoller für die meisten von euch. Das heißt, InPlace gleich True. Brauchst keine neue Kategorie oder kein neues Dings anlegen. Wir machen alles auf demselben. Und dann printen wir das mal. So, und jetzt wird das Ganze so sortiert, dass quasi erstmal C genommen wird. Dann wird D genommen. Davon haben wir keins. Also, C genommen. Dann D haben wir keins. Da ist nichts, ja. Und dann wird einfach A genommen. Und am Ende kommen die ganzen N, A, N Werte. Das heißt, wir könnten die auch einfach abschneiden am Ende, wenn wir das wollen. Und ja, das ist natürlich der Vorteil dabei, ähm, wenn wir nach so einer Ordnung sortieren. Ihr könnt das, wie gesagt, so sortieren, wie ihr wollt. Ähm, irgendwelche Indizes. Also, wir können das Ganze hier natürlich auch in eine Series verwandeln. PD.series. Und von der Series können wir natürlich auch ins DataFrame gehen. Das ist völlig egal. Aber, ähm, in unserer Series drin. Ja, jetzt geht das natürlich nicht mehr hier unten, ähm, weil diese ganzen Calls hier, die sind natürlich nur auf den Categoricals hier machbar. Ähm, da kann ich ja einfach hierher gehen, S draus machen und dann sagen wir hier S.Cut. 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 Sagen wir S dazu. Äh, S ist gleich S.Cut. Und S.Cut. So, das, das sollte, glaube ich, funktionieren. Ich habe das jetzt nur relativ schnell gefixt. Nein, das funktioniert nicht. Okay. Ähm, ach so, ja klar. Weil wir direkt auf dem, auf der Series dann auch sortieren können. Und, ups. Wir wollen natürlich die Series ausgeben. So. Jetzt aber. Okay, also wir sehen hier, ähm, wenn wir solche Series dann bauen, da draus, dann können wir das immer noch wunderbar machen. Mit PunktCut können wir auf die Kategor, auf das Categorical innen drin zugreifen. Das ist gar kein Thema. Guck mal, der Punkt, auf den ich jetzt eigentlich hinaus wollte, ist, ähm, das Sortieren hier, das Sort Values, das wird direkt auf der Series ausgeführt oder auf der Category, äh, macht überhaupt keinen Unterschied für euch. Aber, ähm, es ignoriert die Indizes, die ihr hier habt. Also 2, 0, 3, 1 ist nicht die normale Ordnung von euren Indizes. Die normale Ordnung war 0, 1, 2 und 3, ja. 0 war der Wert A, 1 ist NAN, das ist das B. 2 war das C und 3 ist nochmal das A. Wenn ihr jetzt sortiert, dadurch, dass ihr hier Ordered gleich True habt, dann sortiert ihr das direkt so, wie ihr das hier braucht. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Also, das heißt, wir könnten jetzt hier auch hergehen und unser Perk direkt sortieren. Ähm, das Perk ist nämlich auch ein, ein, ähm, ja, im Endeffekt ein sortierbares Teil, ähm, weil, Sekunde, ich zeige euch das eben. Ja, printen wir doch mal kurz Perk aus. Perk ist, so, Perk ist hier tatsächlich auch Ordered, weil ihr habt das ja über QCAD erstellt und, naja, das ist ja logischerweise geordert, weil das im Endeffekt wirklich genau so geschnitten ist, dass alles verfügbar ist. Okay, das heißt, wir könnten jetzt auch unsere Werte sortieren. Also, ähm, wir können jetzt hierher gehen und sort, ähm, sort Values ausführen. Sort Values. Und wir machen das jetzt mal nicht in Place, sonst muss ich das Print neu schreiben. Ähm, und sieht dann so aus. Das heißt, wir haben hier tatsächlich den, den kleinsten, also nach Kategorien sortiert. Es ist nicht unbedingt der kleinste Wert hier drin, sondern es ist der Wert, also alle Werte aus der Kategorie, ist völlig egal in welcher Reihenfolge. Aber die Werte aus der Kategorie landen hier und der, die größten Werte, also die, die hier am Ende sind, die landen hier. Und wir sehen hier, der Wert 0 oder der Index 0 ist tatsächlich der letzte Wert geworden, was ein ziemlicher Zufall ist, aber kann mal vorkommen. Genau, ähm, das heißt, sortieren geht auch wunderbar. So, wenn wir jetzt wieder zurückgehen und sagen, ey, vielleicht wollen wir es doch wieder anders haben, dann sagen wir doch mal perk.cat.es-anordert. So, das sieht dann so aus. Also, zuerst haben wir das Sortierte und dann haben wir das Unsortierte. Unsortierte, ähm, und das ist tatsächlich möglich. Also, wir können auch wieder einfach zurückgehen. As unordert nimmt dann einfach wieder die, äh, Schreibweise, die wir davor hatten, also quasi nach Indizes sortiert zurück. Ähm, und ihr könnt natürlich äquivalent dazu auch as ordered sagen, ähm, das ist im Endeffekt genau dasselbe. Ähm, ja, das liefert euch dann offensichtlich, äh, ja, das hier. Wobei, Sekunde. Ach, interessant, das hat nicht funktioniert. Okay, ähm, ja, ignoriert das einfach und wir nutzen hier eben sort values, macht genau das, was wir gesucht haben. As unordert macht wieder die alte Schreibweise nach Indizes. So, jetzt können wir aber natürlich hier auch hergehen und die ganze Sache neu sortieren. Also, wir können quasi die Kategorien anders anordnen. Wenn wir zum Beispiel sagen, ey, yo, der Wert hier, ähm, soll vielleicht anders sein. Ähm, das geht jetzt, weil ich hier Zufallswerte genommen habe, geht das schon, aber es ist ein bisschen komplizierter, weil wir die, äh, als Variablen darschreiben müssen. Deswegen mache ich das hier aus Perk mal wieder weg. Beziehungsweise schreibe das oben drüber. So, ähm, und mache aber die Print Statements hier raus. Dann habt ihr das noch als Code. Und wir machen weiter mit S. Das wäre dann doch ganz sinnvoll, das hier zu haben. Okay, also, wir haben hier die Möglichkeit, ähm, die Kategorien neu zu sortieren. Ähm, ich lasse das nochmal kurz laufen. Wir sehen hier, S sieht dann so aus. Es schreibt uns C am Anfang, dann A, dann A, dann N, A, N. Und dann merken wir, oh, damn, wir müssen das ja vielleicht noch anders sortieren. Also nicht C, D, A, sondern, wie wäre es mit, äh, A, wie wäre es mit D, A, C. D, A, D, A, C ist vielleicht noch was, was man, ja, ne, macht auch keinen Sinn. Egal. Ähm, es wird jetzt einfach wieder sortiert. Und, genau. Wir wollen die Kategorien anders anordnen. Also, was wir machen ist, wir schreiben S ist gleich. S.Cut, damit greifen wir auf die Kategorie zu, Punkt Reorder, das kennst nicht mal, schade. Reorder Categories, schade, jetzt kriege ich keinen Vorschlag mehr. Ähm, und die Reorder von den Categories, die soll bitte sein, ähm, naja, eine List aus, was haben wir gesagt, äh, D, A, C oder D, C, A oder was hatten wir? Ja, wir machen mal D, A, C, dann sieht man es auch. Ähm, und natürlich ein ordered gleich true. Und, ja, wir müssen das ordered gleich true wieder angeben. Wir könnten sozusagen auch das ordered gleich true weglassen. Dann ist es halt, ups, dann ist es nicht mehr sortiert und wir könnten das sozusagen, ähm, nicht mehr wirklich verwenden. So, und wenn wir dann sagen, okay, bitte printe mir das mal, dann sehen wir hier immer noch C, A, A. Hm, schlecht, weil wir hatten ja gerade das Ganze neu gemacht. Das liegt daran, dass wir hier oben gesagt haben, sortier mir die Werte. Wenn wir es jetzt neu sortiert haben wollen, müssen wir es nochmal neu sortieren lassen. Ähm, und dann kriegen wir hier auch A, A, C und dann eben unser NAN-Wert. Also, jedes Mal, wenn ihr quasi die Kategorien neu sortiert habt, heißt das nicht, dass die Indizes sich plötzlich anpassen und alles neu sortiert wurde, sondern ihr müsst das halt von Hand nochmal neu machen in einem separaten Aufruf. Kann man aber wunderbar machen. So, ähm, jetzt bleibt natürlich noch das letzte große Fragezeichen bestehen. Ähm, und zwar könnt ihr Sachen vergleichen? Also, könnt ihr Kategorien miteinander vergleichen, irgendwie verrechnen oder sowas? Und ja, das geht, sofern die Kategorien natürlich dieselben sind. Wenn ihr nicht dieselben Kategorien habt, dann macht das keinen Sinn, weil im Endeffekt ist das hier eine Bullshit-Zugehörigkeit sozusagen. Das ist ein, yo, ich gehöre zu A oder nein, ich gehöre nicht zu A. Ähm, und wenn ihr nicht dieselben Kategorien habt, dann kann man da natürlich auch nichts damit machen. Ihr müsst nicht dieselbe Ordnung haben fürs Vergleichen, aber dieselbe Kategorie müsst ihr haben. Gut, das soll es erstmal gewesen sein zu den Kategorien. Nächstes Mal schauen wir mal, was wir da machen und wir hören uns wieder. Bis dann. Ciao.